Ja, beim Aufstiegsspiel zwischen dem TUS Asterlangen und dem büderischen SV aus Wesel kam es tatsächlich zu krassen Jagdszenen auf den Schiedsrichter. Jetzt fragt man sich, was genau war passiert. Beim Stand vom 3 zu 0 schmiss der Unparteiche einen Asterlanger Spieler vom Platz. Das war dann tatsächlich schon die zweite rote Karte für das Heimteam und daraufhin brannten bei vielen Spielern die Sicherungen durch. Nicht nur der Schiedsrichter, auch der Assistent wurde zu Boden gebracht. Der Schiedsrichter bekam einen Schlag ins Gesicht und der Assistent bekam einen Karatesprung ab. Der büderischer Trainer Stefan Tebbe sagte zur NLZ, der Schiedsrichter wurde ins Gesicht geschlagen, einer der Assistenten wurde per Karatesprung zu Boden gebracht. Von meinen Spielern wurde Jan Busch geschlagen. Wir haben versucht, die Schiedsrichter zu schützen. Kreisschiedsrichter Jakob Kloß erschüttert, solch ein Ding habe ich noch nicht erlebt. Das war von allen Beteiligten hochgradig asoziales Verhalten. Nur unter Polizeischutz konnten dann tatsächlich die Jungs vom Büdericher SV den Weg in die Kabine antreten. Das ist schon ganz schön heftig. Beide Schiris mussten anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Informationen der BILD wurden aber beide wieder entlassen. Der Trainer von Aster Langen fordert eine lebenslange Sperre. Er sagte im Interview, wir hatten mit 350 Zuschauern eine tolle Kulisse und lieferten dann ein solch schlimmes Bild ab. Diejenigen, die das alles zu verantworten haben, sollen die härteste Strafe bekommen. Ich fordere lebenslänglich. Ja, und das Ganze war natürlich nicht das erste Mal, dass es auf den Amateursportplätzen einfach so richtig kracht. Und ich glaube, nicht nur deshalb gehen die Zahlen laut des ZDFs der Anmeldungen für Schiedsrichter, glaube ich, sehr, sehr weit zurück. 2008 waren es zum Beispiel noch 9.000 Neuanmeldungen der Schiedsrichter, 2017 nur noch 6.000. Ja, hier reden wir von einem prozentualen Abfall, der nahe der 50-Prozent-Marke liegt und das ist schon relativ krass. Ich denke, der neuerliche Skandal wird sicherlich nicht für neue Bewerbungen sorgen. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, ganz normal, ich soll sich nicht so anstellen. Oder ob ihr auch sagt, ja, da sollten sich einige mal in den Kopf fassen und klar meckern, bla bla bla, alles normal. Aber in einem Rahmen, dass sich Schiedsrichter dann gar nichts mehr trauen dürfen, ich glaube, das geht zu weit. Aber sagt ihr einfach mal, was ihr davon haltet, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.